Ich habe mich in meinem Körper nicht mehr eingesperrt gefühlt. Einer meiner schönsten Momente nach meinem Schlaganfall. Ich bin stabil in der Balance und ich fühle mich auch mental stärker. Hallo, mein Name ist Walter. Ich bin 57 Jahre alt, hatte vor 12 Jahren einen Schlaganfall und trainiere jetzt regelmäßig mit ICOS und das macht mich sehr, sehr gewillt. Die Hoffnung, wieder gehen zu können, war gleich nach dem Schlaganfall eigentlich relativ klein. Das Schlimmste war, ich konnte nicht reden und ich konnte nicht gehen. Ich saß im Rollstuhl. Also ich habe angefangen mit dem ICOS Health. Ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal da drauf lag. Sehr, sehr unsicher, auch ein bisschen Angst gehabt. Aber ich habe dann plötzlich die VR-Brille aufgesetzt bekommen und bin wie ein Vogel aus Engadin rauf und drunter geflogen. Es war einfach Freiheit. Ich habe mich in meinem Körper nicht mehr eingesperrt gefühlt. Einer meiner schönsten Momente nach meinem Schlaganfall. Das Besondere an ICOS Health ist, man liegt da drauf, das Becken ist frei und steuert dadurch wieder das Gerät. Das Guardian steht immer auf so einer Art Halbkugel und steuert mehr oder weniger alles mit den Beinen. Also ich bin durch das Training mit ICOS schneller, ich gehe schneller, ich bin stabiler in der Balance und ich fühle mich auch mental stärker. Und das merke ich einfach, dass mich das Mental auch fordert. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Fakt ist, es hat mich einfach in meiner Beweglichkeit immens weitergebracht. Und wenn ich nicht trainiere, spüre ich das sofort in meinem Körper. Es ist einfach ganz, ganz klar zu sehen oder zu merken, dass ich, wenn ich nichts mache, dass es mir einfach fehlt. VR ist für mich immens wichtig, weil ich einfach in meiner eigenen Welt abgeschlossen bin. Also ich habe rundherum dann einfach keine Abdenkung. Jeder, der einen Schlaganfall hat, also ich kann nur von mir sprechen. Ich kann einfach, seitdem ich einfach fliege oder auf dem Guardian stehe und spiele, kann ich einfach besser gehen. Ich bin einfach schneller und ich bin einfach sicherer, stabiler und fühle mich auch in meiner Haut wohler. Und weil ich einfach merke, dass die Spaß sich einfach gerinner wird. Und sie ist noch immer da, aber so peu, peu, glaube ich verliere ich sie. Das große Ziel ist eben, wieder so Skifahren zu können, wie früher. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, diese Schwung einfach in der Luft zu haben. Das hat mich einfach im Leben wieder, wenn ich mich auch an Skifahren erinnere. Weil, also, das hat dann auch wirklich auch mit Freiheit zu tun, mit Leichtigkeit. Ja, das will ich unbedingt noch erreichen. Und dann, wenn ich mich auch nicht, dass das für sie nicht verabschiedet habe. Und dann, dass du nicht immer ausfusen. Und dann, wenn du nicht, dass das Fenster geschieht, Und dann, dass du nicht mehr ausfusst.